Salvete! Ich werde euch heute etwas erzählen über Latein, wie das bei uns in der Schule stattfindet. Das findet bei uns in der Kurzform statt, das heißt ab der fünften Klasse haben wir Latein. In der fünften und sechsten Klasse, das sind die Grammatikjahre, da wird die Grammatik erarbeitet, mit einem sehr, sehr schönen neuen Buch, wo die Texte leicht verständlich sind und die Grammatik gut aufbereitet. Und in der siebten und achten Klasse wird besonders Wert gelegt auf kreatives Arbeiten, auch in Latein, vergleichen mit Bildern, vergleichen mit modernen Texten, auch mit Hilfenahme von modernen Medien und auch vergleichen mit deutschen Texten, mit literarischen Werken. Und die Schüler lieben Latein, die Lehrer auch und wir freuen uns darauf, viele neue Lateinschüler kennenzulernen bei uns an der Schule mit neuen Schülerinnen und Schülern. Bye. ... ... ... ...